Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Hallo Karl, was habt ihr für Neuheiten hier? Genelec Lautsprecher kann man sich hier anhören. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, also unser größtes System, das wir hier zeigen, ist die 8260. Das ist ein Dreiwegsystem, das zunächst gar nicht als Dreiwegsystem erkennbar ist, weil die Membran des Mitteltöners sich um den Hochtöner rumschmiegt und auch sehr gleichmäßig und gleichförmig in das Gehäuse integriert ist. Und somit quasi als ein System fast perfekt arbeitet. Wir haben also ein System, das breitbandig ist und auch sehr neutral und durchsichtig klingt. Die zwei anderen Lautsprecher hier, kurz was darüber? Ein System hier 8040 als analoge Variante und mit digitalen Filtern hier zu hören 8240. Ein System, das bei kürzeren Hörentfernungen höchste klangliche Übertragungsqualität bietet. Und als kleinstes Modell hier zu hören, der 8020b. Ein System, das im Nahfeld als vollwertiger Monitor läuft. Wenn im Tiefpassbereich mehr gebraucht wird, dann zu kombinieren mit dem 7050 Subwoofer. Aber am allerbesten oder der beste Tipp wäre, kommt euch das auch einfach hier mal live anhören, vielleicht im nächsten Jahr und macht euch selbst euer Bild. Vielen Dank, Karl. Dankeschön, Uli. Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal.